Guten Tag, Freunde des freundlichen Browser-Games. Ja, willkommen zum zweiten Let's Browse auf diesem Kanal. Das erste war ja das Spiel, wie hieß es gleich? Ich glaube, Bike Master. Und es tut mir leid, es kam jetzt ewig kein Video mehr. Bestimmt schon eine Woche, anderthalb nicht mehr. Das tut mir furchtbar leid, aber ich habe Portal-Folgen, die kann ich nicht hochladen. Die muss ich dem Fotomedia geben, dass er die für mich hochlädt, weil mein PC, mein YouTube total rumspackt und ich überhaupt nichts mehr hochladen kann. Also das im Moment, also zumindest bei den Portal-Folgen dauert das einfach total ewig und bei irgendwie 70, 73% bleiben sie immer stehen und gehen nicht mehr weiter. Und das ist natürlich scheiße und deswegen gebe ich die dann dem Fotomedia, bei dem geht das. Und Need for Speed habe ich noch nicht wieder aufgenommen, weil ich jetzt einfach keine Zeit finde, da ich seit gestern im Praktikum bin und jeden Tag von 8 bis 4 arbeiten muss. Und zwischendurch auch noch eine Stunde Pause habe, in der ich zwar nach Hause gehen kann, aber natürlich kann ich da nicht aufnehmen, das reicht natürlich nicht an Zeit. Und ich habe einfach viel zu tun, ich muss noch einen Praktikumsbericht schreiben, dies, das, ne. Aber erstmal kommen wir jetzt hier zum Spiel. Wir spielen, wie ihr schon überall hier lesen könnt, Happy Wheels. Ich habe das nur einmal mit, wie gesagt, dem Fotomedia angezockt. Ähm, fand das richtig lustig und natürlich sehr behindert. Und dachte mir, da machen wir mal ein kleines Let's Bros von hier. Wir werden das nicht lange spielen, vielleicht kommen auch zwei Parts. Mal gucken, wie ich da Bock drauf habe, aber erstmal machen wir hier die Demo. Und ich weiß gar nicht, was wir hier machen. Wir nehmen einfach mal das erste. Oder wir nehmen mal das hier, das hat viele Votes hier. Ähm, machen wir mal Play Now. Genau, so, ich habe keine Ahnung, wie das richtig funktioniert. So, ich habe mal die Nudel und, okay, so, oh, Hilfe, Mama, 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 Mama. Oh, das war Turbo, das war Turbo und, wow, 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 Backflip, backflip, der war da, der war da, das gibt's zu. Oh, oh, und Turbo, bam, Turbo, und Turbo und, wow, und Looping, 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 Scheiße, Scheiße, wow. Oh, 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 und schon wieder ein Looping. und also das kann doch nicht gut gehen geschafft victory okay das Level war echt einfach und verzeiht wenn ich ein bisschen leise rede denn ich muss ein bisschen leise reden da meine Mama im Flur sitzt und die das mit Sicherheit nicht so toll findet wenn ich hier rumbrülle so machen wir mal ein Save Replay ne machen wir nicht, machen wir mal Exit to Menu Run Human Run ne machen wir einfach da unten, ach ne, oh 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 jetzt habe ich hier gescrollt, das habt ihr glaube ich gar nicht gesehen wie scrollt man denn, ach ich kann so, ah BMX Park, oh das hört sich lustig an das spielen wir mal Ola, was, was, was das denn oh wow, das sah komisch aus oh oh mamma mamma, mamma mia oh Gott, steh mir bei, oh die Maus ist noch im Bild, na egal oh 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 ich hab das Kind verloren, ich hab das Kind verloren, ich hab das Kind verloren ich hab das Kind verloren das arme Kind oh nein, jetzt weint es, oh nein oh, 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 es blutet, oh Hilfe ah ah das, ah oh geschafft victory victory jawoll, meine Freunde, jawoll es ist kaum zu glauben, aber ich laber wieder nur Scheiße oh das ist hier Idee ich hab schon wieder gescrollt ich scrolle immer, es geht aber gar nicht Dawn of the Dead na mal gucken oh, jetzt haben wir den Freak hier effective ich schießt er davon selber das ist ja geil he 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 ha Äh, voll in die Fresse. Ach, ist das geil! Oh, geil. Das ist ja besser als Call of Duty, Leute. Und jetzt? Wo, 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 muss ich denn jetzt machen? Access granted. Ah, ja. Äh, äh. Ah, Victory! Naja, Dawn of the Dead. Also für mich ja jetzt nicht so, aber das war lustig. Äh, ist das behindert, ey. Wer hat sich dieses Spiel ausgedacht? Oh Gott. Ah, hier, Obstkurs. 6.330 Votes, das nehmen wir auch mal. Oh, wir haben wieder hier den Kerl. Mit dem Kind. Dem müssen wir noch Namen geben. Oh, und, ah, habe ich jetzt verloren? Hallo, habe ich jetzt verloren? Hallo. Hallo, wie kann ich, wie kann ich restarten? Ah, so. H. Äh, Fahr doch, Fahr doch. Sie hat man nicht, ah, ah, mit dem, ah, mit dem Kopf, ah. Ah, mit dem Kopf, mit dem Kopf, ach, mit eher, okay, dann kann ich das, ah, gut. Fahr doch. Warum fährst du denn nicht vorwärts? Ah, ah, der, der tut sich immer weh. Das geht doch nicht. Ah, geschafft. Oh, epic jump. Ah, 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 keine Sache. Oh, was ist das hier denn? Tun die, tun die einem weh? Ah, 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 ich kann seinen Darm sehen. Guck mal, guck mal, seine Darmteile spittern raus. Das Spiel ist ja mal voll eklig. Oh, das ist ja geil. Oh, das ist ja, oh, 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 da werde ich doch ganz rattig bei. Okay, Spaß beiseite. Darum macht man sich nicht lustig. Und ich... Bäm! Puh, bä, bah! Guck mal, da hängt was von oben vom Körper an einer Innerei nach unten. Das sieht lustig aus. das Spiel ist so behindert, das ist so geil das ist das beste Spiel für mich einfach nur behindert und scheiße und ich komm und wieder voll in die Fresse und da fliegen die Körperteile nur so durch die Gegend ich will das jetzt aber schaffen das ist ein gefährlicher Trip mit dem Tandem obwohl das gar kein Tandem ist spring, komm schon ich hab ihn getötet und da spritzt das Blut schon wieder so richtig unrealistisch gemacht und da da ist es schon wieder und das gibt es doch gar nicht doch bei Roller und ich hoffe auch mit dem Sound passt alles, dass ihr alles hört vorsichtig vorsichtig ach, nicht nicht, nicht doch in die Fresse so und ich überfahrt mein Kind da ist ein Kind hier hallo, das geht doch nicht ah, 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 der war voll in die Eier ah, 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 der ging voll in die Eier sag ich dir ah, da, ah guck mal, der kann Spagat, kam der, der kann Spagat jetzt hab ich gespuckt, aber der, der kann Spagat guckt mal das ist ja geil, was der alles kann und ich hoffe so, dass der Sound passt oh oh Hilfe, jetzt hab ich kein SMS bekommen ah, ah, voll in die Fresse oh, guck doch mal das Fahrrad an holla die Waldfee, holla holla ich glaub, davon mach ich noch einen Let's Brow das ist ja mal geil ich kann jetzt leider nicht so lange aufnehmen weil ich vielleicht zum Training muss, aber ah, geil ah, das ist das Spiel ist ahaha, das ist das behindert, ey oh, 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 oh 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 nein, die haben schon wieder mein Kind nicht mein Kind nein, nicht in den Hals hallo, das tut doch auch weh das tut doch auch, ja, jetzt bin ich tot ah, ah, ich will das jetzt, ich will das jetzt noch schaffen wir haben erst 8,5 Minuten so, mach ich daraus 15 Minuten dann ist es eben mal ein etwas längeres Let's Brows aber, hallo, Kollege und, ach, übrigens, der, der, der Fotomedia, ne, der hat jetzt auch ein zweites Video, ne, und das ist, äh, äh, zehntausendmal geiler als das erste, das müsst ihr unbedingt gucken also, geht aus dem Kanal guckt euch das Video an, das ist, äh, äh, extrem geil ne, also, das ist, äh, heulala neiße Scheiße Fahr doch, du Dödelkopf oh, zack, in die Fresse ja, als ob guckt euch das mal an, ey Kind mit nem Pfeil im Bauch, Papa mit Pfeil im Arsch Pfeil geht in den Boden, Papa ist tot, alles tut weh dat könnt ihr da nicht machen, leute Mann, man, man komm schon, oh ja oh, no, 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 oh bevor sich dich oh, no, 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 nein Ach, Mann, oh. Dieses Dreckslevel. Ich habe mir überlegt, ob demnächst nicht mal ein Dual-Commentary mit dem Fotomedia kommt. Bei einem MV3-Gameplay. Das wird bestimmt lustig. Oh ja, oh, oh, schieß mir in den Arsch. Oh, gibst mir von hinten. Oh, du geile, du geile. Oh, oh, ja. Oh, oh, in den Bobbo, in den Bobbo. Oh, wir sind wieder schon pervers hier. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist, auf YouTube so pervers zu sein. Tut mir leid, YouTube, das wollte ich nicht. Aber das Spiel faden, lass einen dazu. Okay, das ist jetzt nicht mehr pervers, das ist jetzt nur noch widerlich. Und ich will dieses Level schaffen, kommt schon. Na los, na los, na, 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 in die Fresse. Okay, Leute. Ich mache jetzt mal ein anderes Level. Das ist das Gettnisch hier. Ich habe schon wieder gestrollt. Wir spielen jetzt mal Snowy Mountain Final. Jetzt ist mir gerade die Aufnahme verrutscht. So, jetzt ist es wieder da. Sorry, ich habe gerade bestimmt ein paar komische Sachen gesehen da. Na ja, ist nicht so schlimm. Ich habe hier einfach im Browser ein bisschen rumgescrollt, gerade aus Versehen. Und deswegen ist das Aufnahmefeld, ist das Spiel aus dem Aufnahmefeld gerutscht. Das habt ihr mir in Sicherheit gesehen. Tut mir leid dafür. Ich bin da ein bisschen blöd. Ihr kennt mich ja. Aber so ist das eben. Und da tut sich jetzt direkt schon weh hier. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Toll. Hä? Was muss ich denn hier machen? Ja, jetzt bin ich schon tot. Ah, und jetzt habe ich mir die Beine abgerissen. Was muss ich denn machen? Ich bin aber fordert, Leute. Muss ich mich da dann irgendwie festhaken? Oh, das geht nicht. Leute, ich sage euch, das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Und ich weiß auch nicht, wie das geht. Aber ich würde sagen, weil ich jetzt gleich los muss und wir haben schon zwölf und halb Minuten aufgenommen jetzt, dass wir uns einfach in der nächsten Aufnahme sehen. Und der Sound ist gerade voll laut. So. Wir sind zu der nächsten Aufnahme von irgendeinem Spiel, was wir gerade so am Start haben. Also in die 4Speed Portal, Einletz Bros, vielleicht auch beim Dual Commentary. Das könnte nämlich sein, da der Photomedia morgen, also von Mittwoch, heute ist Dienstag, der 5.6. und von morgen auf Donnerstag pennt der bei mir. Wahrscheinlich. Und da gucken wir mal, ob wir das dann direkt machen, das Dual Commentary. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, würde ich sagen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.